Let's go das Häschen. Die Ömmel ist wieder am Start. Das ist meine Freundin Ömmel, weil wir haben gelernt, wir müssen in jedem Video, in jeder Aufnahme, die wir machen, am Anfang sagen, das ist die Ömmel, das ist meine Freundin so. Sagt Hallo Ömmel. Ja, weil einfach immer wieder gefragt wird, wer das ist. Und jetzt geil ist es auch für euch alle, ne? Wir haben mehrere Missionen und zwar habe ich mir ein paar neue Markierungen gesetzt, ja? Meine ganzen alten Markierungen sind weg tatsächlich und alle Markierungen, die jetzt noch bestehen, sind Bosse. Bosse, alle möglichen Overworld-Bosse. Dann haben wir im Untergrund noch ein paar Jägerbaupläne und halt Bauplansteinplatten, soweit ich weiß. Ja, genau, die müssen wir auch noch sammeln. Und ich habe gelernt, dass mir noch zwei Majui fehlen. Ich habe anscheinend zwei Höhlen noch betreten, aber nicht abgeschlossen. Da fehlt mir wohl noch der Majui. Hast du gelernt? Habe ich gelernt, habe ich herausgefunden. Nein, es gibt wie gesagt einen Savegame-Editor, das ist auch kein Geheimnis, dass ich den benutze. Es gibt quasi eine Website, wo du die Datei von einem Spielstand hochladen kannst. Und dann kriegst du halt angezeigt, yo, du hast so und so viel von so und so viel. Und beispielsweise habe ich dadurch herausgefunden, dass ich alle Abgründe habe. Ich habe tatsächlich alle Abgründe inzwischen, alle 36 von 36. Aber da steht halt, dass ich zwei Höhlen mehr habe, als ich Majui habe. Und das kann natürlich nicht sein. Deswegen lass die mal kurz schnell suchen, weil das triggert mich total, wenn ich Höhlen nicht abgeschlossen habe. Okay, eines schon mal hier, die Lotus-Seehöhle. Okay, auf geht's. Und die zweite befindet sich... Hier, habe sie gefunden. Schon wieder einfach im Todesberg. Ich werde so behindert, wirklich. Warum? Ach, das war die Monsterhöhle. Ja, okay, dann gibt es auch Sinn. Gut, dann lass die zuerst schnell machen, weil das triggert mich total, okay? Total. 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 Auf geht's. Warum heißt die ganze Zeit, dass sie eine Truhe ist? Sie ist, da sagt sie, ist eine Truhe in der Nähe. Weiter unten, ne? Ja, aber was heißt die weiter unten? Das Ding, ja, hier ist nichts. Als ob der die Truhe erkennt. Die ist nicht mal auf... Also, die ist noch gar nicht mal im... What? Die ist ja mega strange. Als ob der hier eine Truhe erkennt. Komm, jetzt bin ich hier runtergesprungen. Wahrscheinlich für absolut gar nichts, ne? Ja, das hat sich überhaupt... Oh mein... Als ob ich direkt neben mir erst mal hinten lande. Hände, hände, hände. Oh no, oh no, oh no. Als ob ich direkt neben mir erst mal hinten lande. Aber die haben mich noch nicht gesehen. Die haben mich noch nicht gesehen, das ist okay. Aber ist auch egal eigentlich. Ich wäre gerannt. Ich kämpfe gegen die. Ich wäre gerannt. Ich kämpfe jetzt gegen die. Ne, ich renne. Wir machen einen schönen Auftakt hier. Achtung. Ich hab so Panik, ey. Ehrlich. Ich hab auch ein bisschen Panik, wenn ich ehrlich bin. Ich hab auch länger nicht mehr gegen die gekämpft, so. Aber wir schaffen das jetzt. Was lachen wir das jetzt? Du hast im Netflix-Stream noch so viele... Das zählt nicht. Das ist was anderes. Okay, sehr schön. Das ist gut eigentlich. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was ist ein Bait aber auch, ne? Was ist ein Bait? Hallo, Phantom-Garon. Gegen den könnt ich sogar kämpfen. Gegen den kannst du kämpfen. Na, komm her. Oh mein Gott, Alter. Okay, jetzt geht der gut los. Ich anscheinend nicht. Ich kann tatsächlich nicht gegen ihn kämpfen. Scheiße. Das ist doch ein schöner Start, oder? Das ist doch ein schöner Start. Wurde man so eine Part, dass man beginnen kann, würde ich sagen. Hier geht's rein, ne? Ah, ist doch übel versteckt, die Höhle. Ich mein, ich hab sie ja schon. Ach, du hast mich schon übel versteckt, muss man sagen. Ach mal, wo ist der Mayui hier? Hast du eine Idee? Oh, an der Decke irgendwo. Na, liegt da. Okay. Okay, Öl, alles klar. Kann man das dahinter aufmachen? Klar kann man das aufmachen. Na, ist ja dahinter. Ich mach's mit dem Tricho, komm. Das ist so nice, einfach, guck mal. Oh, wild. Auch wenn nur zwei Leuchtsteine drin sind, was eine bittere Ausbeute. Ich denk mal, ich kann das Ding aufmachen. Ich denk mal, damit hat's zu tun. Ja, okay, hier geht's hoch. Sehen Sie, Ömmel. Sehen Sie hier. Ja, ich sehe, ich esse gerade. Aber die Ömmel ist gerade. Ja, okay, ich werd nach oben gepustet, das bringt mir absolut gar nichts. Ich kann versuchen, hier hoch zu essen, aber ich denk mal, dann komm ich an der falschen Seite raus. Also, das kann doch nicht richtig sein. Ne, natürlich nicht. Hä, what? Der Mayui ist im Höhleneingang. Okay, ich werd jetzt auch mal zurückgegangen, langsam. Ja, hier drüben könnte das sein, okay. Okay, ich denk, ich muss echt... Okay, es gibt's hier nur einen Höhleneingang, oder wie funktioniert das Ganze hier? Ah, aha, 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 aha. Ja, die Ömmel hat's mal wieder gewusst, natürlich, ne? Die Ömmel weiß immer Bescheid. Immer. Okay, weißt du, was das ist? Ähm, die Echse da? Ja, weißt du, was die eine ist? Eine Spurtechse. Das ist eine Maxi-Echse. Ich hab' ich dann die Dings nicht fotografiert. Ich muss echt noch mal angewöhnen, mehr Fotos zu machen. Das ist echt noch eine Katastrophe. Mir fehlen noch so viel im Hyrule-Compendium. Ich hab' die Mayui, glaub ich, gefunden. Nur so ne These. Die sind so hässlich. Die sind hässlich? Ja. Ich glaub, du sagst jetzt, die sind süß oder sowas. Die sind süß. Die da. Die. Spaß, Spaß. Hab' ich eh schon nix geschafft. Ich glaub, es ist sinnvoller... Von wo ist es sinnvoller hier? Ne, das ist der im Untergrund, ne? Ey, guck mal, hier ist nichts in der Nähe einfach. Das ist so krass. Ja, lass' hier hingehen. Lass' von hier aus dann auch in die Höhle reingehen. Ich denk, das ist sinnvoll. Hab' mal. Wieso sagt der hier Mayui in der Nähe? Der muss das eigentlich wegen dem da vorne sagen, oder? Eigentlich muss das wegen dem Bray hier vorne sagen. Okay, wo ist der Eingang hier? Das war die Monster-Wer-Scheiße. Erinnerst du dich daran? Wir haben hier drin gegen Monster gekämpft. Mhm. Ja. Genau. Aber wo ist hier der... Brennt die Luft hier drin nicht? Anscheinend brennt die Luft hier drin nicht. Ach so, ja klar, weil wir auch mit anderen NPCs gekämpft haben. Das ist eigentlich logisch, ne? Die anderen NPCs sind solche, solche Waschlappen. Klar, die würden sterben. Ah, okay. Ich glaub' ich hab' ihn gefunden. Nein. Das ist gelogen. Oh, hier runterfällt, Junge. Das ist so brutal. Oh, der ist so hässlich, Alter, ne? Lass' doch mal ihn in Ruhe. Ich wollte nur einen Schreckschuss. Was soll's labern? Ich wollte nur einen Schreckschuss gar nicht, ne? Schreckschuss ist ein lauter Knall. Ja. War, ich wollte nur, ich wollte nur, wollte nur antäuschen. Ich wollte ihn nicht wirklich treffen. Klar. Sollte klar sein, oder? Geist. Ich wollte ihn natürlich nicht wirklich treffen. Ihr wisst, ich mach' sowas nicht. Okay, damit haben wir jetzt erstmal wieder alle Hüllen fertig soweit. Und wir könnten uns auf Bosse, auf der Overworld konzentrieren. Weil ihr seht hier die ganzen Totenkopfmarkierungen. Du willst nicht in den Untergrund gehen, ne? Nein. Ja, mir will nicht in den Untergrund. Ja, ja, okay. Ähm, dann können wir das vielleicht erstmal machen. Wir können eigentlich strukturiert durchgehen, oder? Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir können eigentlich hier oben anfangen und dann einfach mal strukturiert durchgehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ganz langweilig einfach. Es ist so, als dass hier oben keine Insel ist oder sowas. Und ich muss einfach echt von hier drüben aus rüber laufen. Oder von hier aus. Wir sind für dich da und unterstützen dich bei deinem Untergrund Trauma. Dankeschön. Die Ömmel schafft das. Irgendwann schafft die Ömmel das noch. Wenn du mal dabei wärst, dann würde ich es auf jeden Fall schaffen. Ach so, okay. Jetzt bin ich auch noch schuld. Ja, ja. Ihr wisst nicht. Er hat mich bei der Gyptokönigin... Hat er mich mental unterstützt. Er war... Ach ja, hab ich? Nein, du hast mich wirklich ein bisschen fertig gemacht. Ey, ich hab's ja ein bisschen fertig gemacht. Das stimmt schon. Also alle, die dabei waren, ihr wisst, ihr wisst, was da war. Das war ein Skandal. Das hat mich auch ein bisschen wahnsinnig gemacht. Aber mich macht die Gyptokönigin ja auch wahnsinnig. Es war nicht mal... Der Rage war ja nicht mal nur dir gewidmet. Es war einfach, weil ich die Gyptokönigin auch manchmal hasse. So, ich denke, was ist ein... Lassen... Was würdest du sagen, was kommt jetzt für ein Gegner? Ähm... Ich sag, es ist ein Glassyrock. Aha, ein Stein. Ein Stein. Aha, ein Stein. Was gibt's nur? Es ist ein Glassyrock, ja, ich hab recht gehabt. Habe ich schon kein... Ach nee, es gibt ja Santos Helm. Es gibt ja Santos Helm. So, kein Gefrieren. Sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr, sehr praktisch. Ähm... Und dann auch einfach einen Angriffsboost. Na guck mal, jetzt kann ich einfach nicht gefrieren. Tatsächlich. Daher kommt der Effekt kein Gefrieren. Ich find die noch auch so geil. Oh, ist ein seltener... Nee, ist das ein seltener Glassyrock? Gibt's sowas? Der leuchtet Gold. Der Job ist der Edelsteine. Scheiße. Und der schmeißt mich runter. Der kleine Frechdachs, Alter. Oh, danke für den Saphir. Komm mal mit, ähm... Achtung. Eis-Exklusion. Bam. Bringt ihr mal gar nichts, Alter. Bringt ihr gar nichts, weil ich kann nicht gefrieren. Hahaha, ich hab nämlich Santos Helm. Komm, er dreht sich. Achtung, er dreht sich, er dreht sich. Er fällt um. Warum dreht er sich? Hä? Warum? Weil er umfällt. So, Achtung und... Scheiße. Ich stelle mich so dumm an, gerade gegen den, ne? Sehr schön. Haben wir ihn. Wir machen's so, komm. Schön, Glassyrock. Hammer. Schön, dicken Hammer. Dann geht's hier drüben... Ah, das ist fast sinnvoller, von hier noch zu springen, oder? Ja. Als so ein Windflas geheimnisvoller. So, da unten steht ja, ne? Ah, das ist ein Hinox. Ein blauer Hinox, tatsächlich, diesmal. Das ist doch schön. Den nehmen wir doch mit. Übrigens, wenn du Crocs siehst und sowas, immer Bescheid geben, ne? Ich schrei dann, okay? Ich schrei dann so. Ah! Ah! Ganz, ganz, ganz verstört schreien, okay? Okay. Sehr gut. Das zählt doch gar nicht, oder? Das zählt jetzt. Achtung, Achtung, wir leben jetzt. Guck mal. Der Bruder ist fast tot. Oh, ich schlisch. Das ging schnell. Der hab ich nicht mal gesehen, ehrlich gesagt. Der hab ich nicht mal wirklich gesehen, der Arme. So, der nächste fehlt uns tatsächlich erst hier, ne? Das dürfte der nächste sein. Ja, der ist sehr, sehr nah liegen. Dann haben wir wohl alle Bosse in Hebra, kann das sein? Tatsächlich. Okay, ist das gar nicht mal so schlecht. Ist das gar nicht mal so schlecht. Dann geht's hier weiter. Aber Hebra ist echt schon fast fertig, das ist krass. Also, wie gesagt, halt noch die ganzen Crocs, okay? Aber ich dachte, in Hebra fehlt mir noch eine ganze Menge, weil ich hab mich in Hebra irgendwie gar nicht umgesehen. Ich kenn mich im BOTW dafür viel besser aus. Was haben wir hier? Was willst du sagen? Was kommt jetzt für ein Gegner? Ein Bivarock. Ein Bivarock? Hast du schon gesehen? Ja, weil ich hab das Lager gesehen. Ich hab das Lager nur so halb gesehen, aber ich hab gar nicht dran gedacht, der gesagt hat, dass ein Bivarock sein könnte. Wie hat der Stein gesagt, jo, ihr dürft auf mir sitzen. Das weiß ich nicht. Vielleicht war ich gar nicht einvernehmlich. Ach du Scheiße, ich kriege jetzt an. Ah, dann erzählt ihr gar nichts. Siehst du, wie ihr einfach gar nichts aushält. Oh, hallo. Wie schmeckt ihr euch mal in den Lanzen, Bro? Ich glaub, es hätte ihm nicht geschmeckt. Nein, ich glaube auch nicht. Schwer verdaulich. Schwer verdaulich so eine Lanze, muss man sagen. Hallo, Bock. Tulen, good job. Good job, my man. Damit haben wir jetzt echt, glaub ich, alle Bostonen hebt. Das ist der Wahnsinn. Das ging viel zu schnell. Das ging viel zu schnell. Wow. Ich hatte, ich hab vorhin so den Plan gehabt, lass doch einfach alle Evarocks heute durch, bei der Rücken noch über 50. Ja, das sind sehr viele auf jeden Fall. Das kann ein bisschen dauern. Wir können von hier drüben erst mal zu gelb runterspringen, würd ich sagen. Die Challenge wäre aber auch, in der, in die unter zwei Stunden. Ah ja, das ist, glaub ich, jetzt eher weniger. Wie gesagt, ich weiß ja auch nicht mal, es gibt ja auch im Untergrund Evarocks. Ja, ja, genau. Deswegen, das kannst du vergessen. Also, wir wissen jetzt auch gerade nicht genau, was wir bekämpfen. Deswegen haben wir einfach alle Bosse markiert. Und ich weiß nicht genau, was es für welche sind. Davor ist anscheinend auch irgendwo ein Boss. Ich sehe zwar nicht welcher, aber irgendwo ist dann ein Boss. Oh. Hallo. Als ob das funktioniert hat. Wow, als ob das funktioniert hat. Das ist echt impressive. Sag mal, ich war schon impressive gerade, oder? Ja. Sag und stirb. Das klingt viel zu einfach. Ja, Hinox, das sind echt nicht mehr so eine richtige Bedrohung, muss man sagen. Die Brees haben nachgelassen. Die haben wirklich, wirklich nachgelassen. Alles okay. Dann ist hier drüben nochmal was. Ist das in der Schlucht drin? Das sieht fast so aus, oder? Ich weiß es nicht. Das sieht fast aus, als ob das in der Schlucht wäre. Gucken wir uns mal an. Fliegen. Also vielleicht ist das eine Höhle. Ich weiß, dass ein BOTW hier in Ivarok war. Ist das nerdisch? Ja. Doch das generell ein Nerd, was BOTW angeht. Ist das ein roter Leune? Da, da rechts. Weiter nach. Ah, ich bin so blind, ja. Darf ich dir machen? Die Ömmel kämpft? Da sag ich nicht nein zu. Sag ich euch ganz ehrlich. Du darfst alle Waffen benutzen. Ja, du hast eigentlich alles benutzt. Okay. Ich zieh dir aber Angriff. Willst du Verleidigung oder Angriff haben? Äh, ist egal. Und gib mal, futter den mal kurz. Ich werde es, glaube ich, sehr oft. Leute, jetzt müsst ihr, müsst ihr mich anfeuern. Ich zieh sogar meine Necke aus. Da wird es ernst gemacht. Ja, da wird es ernst gemacht, hier. Okay, okay, okay. Nein. Nein. Oh Gott, Hilfe. Nimm eine Fallstimme, ne? Oh Gott. Oh Gott. Okay, wow. Hat dich nicht gesehen. Er weiß noch nicht. Wenn er dich jetzt sieht, weiß er nicht, dass es von dir kam. Also alles gut. Du kannst hingehen. Aber dann... Wie schnell läuft der denn? Ach, er trabt. Lol. Oh, er weiß wohl doch, dass er von dir kam. Pass auf, pass auf. Aber er hat normale Pfeile, ne? Er hat normale Pfeile, alles gut. Das hat die auf jeden Fall harmloser gemacht in TOTK. Ja, dass die nur noch normale Pfeile haben. Du weißt, was du tust. Die Ömmel weiß, was sie tut. Go, Ömmel. Go, Ömmel. Go, Ömmel. Ich mach jetzt so Cheerleading Action für dich. Ah. Aha. Wir müssen gar nichts machen, anders einfach wegstecken. Du hast ein guter Schild. Okay, dein Schild ist gleich kaputt. Alles gleich, am liebsten zu sagen. Nein. Was machst du denn? Hä? Bist du dich vermöbeln von dem? Was machst du? Ich kann nicht mehr. Hä? Ich bin Pfeil um... Okay, sehr mutig. Let's go, let's go. Okay. Nein. Warum weißt du dich aus? Das verstehe ich nicht. Warum weißt du dich aus? Das ist doch das sinnvollste bei Leuten. Okay, sehr gut. Du hast die gleich. Ja, komm. Sie don't. Ah, ja, okay. Die weißen Eltern hält mir halt echt mit. Das ist gut. Ab und nach hinten. Sehr gut. Hast du gleich, hast du gleich. Die Ömmel. Let's go. Der Schild, Junge. Aber ich wollte, dass du nicht Flurry rushst. Das ist das einfachste bei Leuten, finde ich. Ja, ich bin... Was Leuten angeht, habe ich noch nicht so warm mitgewonnen. Okay, okay. Also hier muss ja eigentlich eine Höhle sein. Ja, da unten ist der Rumi. Siehst du ihn schon? Siehst du den kleinen Racker da? Siehst du? Ich sehe ihn. Den kleinen Leuchttracker. Der Leuchttracker. Höhle. Oh, ich liebe Höhlen, ne? Habe ich schon öfter gesagt. Lächerlich. Oh, ich... Ich emote einfach. Dankeschön, Kevin. Oh, warte. Ich habe kein irgendwas. Oh. Ich kann das Kristall... Was kann ich denn machen? Ach, der Kristall. Giga mal Riesenzahl. Okay, sehr schön. Okay, übertreiben wir direkt. Wart mal. Ist hier... Ah, lol. Das ist wie... Ähm... Digga, Grishu, was machst du denn? Warum ist die despawned? Wifi, ne? Grishu? Ja. Ja, ich bin dumm manchmal. Oh, oh. Oh, das ist voll geil, sowas. Ein Stalinox. Ja, das ist genau wie... Ja, voll geil. Voll geil. Das ist genau wie unter dem Schloss. Weil in Dings... In der Höhle... Hier gibt es so einen... So Katakomben, falls du es nicht wusstest. Hier. Hier gibt es eine Höhle. Der königliche Geheimgang. Der führt hier runter. Hier unter ist eine riesige Höhle. Also wirklich die größte Höhle im ganzen Spiel wahrscheinlich. Und hier ist auch irgendwo unten drunter... Also unter dem Zentralplatz quasi in so einer Höhle... Ähm, auch so ein Stalinox in sowas eingegraben. Das ist voll geil. Boah, nee, aber... Das ist schon geil, ne? Nee, wirklich. Das ist mega geil. Aber wie viel man den schon abziehen kann. Ja, bevor er überhaupt anfängt, ne? Ja. Ich habe doch krass Waffe, muss ich mir sagen. Jetzt kommt ja das Auge raus, ne? Nein, 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 nein. Ich muss das Auge nochmal treffen. Scheiße. Schnell. Ja, geht glaube ich. Scheiße. Jetzt haben wir ihn. Jetzt, jetzt, doch. Auf. Das war's. Ja, Stalinox ist ja nicht so schwer. Wenn man die einmal raus hat, du musst halt echt die meisten Leben ihm so abziehen, und dann erst aufs Auge gehen. Weil sonst dauert das ultralang. Wenn du nur das Auge die ganze Zeit attackieren willst. Schafft Ömmel einen Stalinox? Nee, ich glaube nicht. Doch. Aber wir müssen an den... An was müssen wir denken, Schatz? An was müssen wir denken? Dem Ayui. Dem Ayui. Dem Ayui. Die Ömmel. Ömmel. Die Frage ist nur, wo. Wahrscheinlich irgendwo an der Decke. Aber wirklich WTF, hier ist ja einfach gar nichts so. Jetzt, wo soll er sein? Lauf doch mal. Guck mal, in die Richtung. Das heißt, in die Richtung angeblich. Aber hier ist eine Wand. Und hier ist auch gar nichts. Also... Und das hier irgendwo... Wahrscheinlich ist oben wieder so eine... Ja. Okay. Der guckt dich doch erst mal um. Ja, ich gucke mich doch erst mal. Es ist doch okay. Ich gucke mich erst mal um. Ja, Junge, du bist so lost manchmal. Ömmel, hier richtig am Judgen, okay? Ja. Was ist das für eine Höhle, bitte? Wow. Junge, was ist das für eine Höhle? Die ist voll cool. Guck mal, wie riesig die auch ist. Oh, hier ist eine Truhe. Uh, hier ist eine Truhe. Du magst die Trüffel. Wie bist du? Ah, ist gut, ist gut. Nice one. Finde ich immer gut. Rollen die ist immer nice. Die Frage ist nur... Warum ist hier so random so eine richtig große Höhle? Osthöhle der Kukulia-Schlucht. Ja, okay. Generell die ganzen Höhlen der Kukulia-Schlucht sind anscheinend ziemlich groß. Aber wir hatten die Südhöhle schon. Das müsste die Südhöhle gewesen sein, ne? Ne. Höhle der Kukulia-Schlucht. Okay. Es gibt einfach eine Höhle und eine Südhöhle. Äh, eine Osthöhle. Ja, sehr gut, sehr gut. Digga, Calvin hat Small. Was? Was bist du? Chou war grand besser als Amel. Okay. Habe ihn, let's go. Ich habe ihn getroffen. Ja. Also, ich meine, ich habe den Rumi getroffen. So, was haben wir noch? Ähm, nur noch eine Markierung? Ne, zwei noch. Wo ist grün? Grün ist hier oben. Okay. Dann machen wir den Bray erst, würde ich sagen. Ja. Warum ich daraus verpasst habe. Ist hier, aber hier ist auch wieder eine Höhle wahrscheinlich, oder? Das sieht fast so aus. Oder ist das ein Ivarock? Das könnte auch ein Ivarock sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Doch, das ist wahrscheinlich einer, oder? Ein wirklich klar. Kuli, Hosen, Rolex, Salz und Pudel. Richtig. Ne, Salz nicht. Du machst kein Salz. Ne, nicht so. Aber seine... Oh Gott. Was? Ich weiß nicht, was sie sagen wollte. Ich weiß nicht, was sie sagen sollte, vor allem. Ihr seid gar nichts. So, wunderbar. Ich weiß nicht, was sie sagen wollte. Ich sage euch ehrlich. Von hier drüben rüber. Ich glaube, das ist im Brunnen drin, ja. Was von hier aus rüber gehen zu laufen. Er möchte halt einfach alles von Leon hier. Ja, richtig. Muss auch so. Ich habe ihn tatsächlich gestern seinen Pulli wieder gebracht. Was glaubst du, was ich morgen wieder mitnehme? Junge, ach ja. Hier auf Pseudo. Komm, ich habe seinen Pulli wieder mitgebracht. Ist sogar gewaschen. Damit ich ihn morgen wieder mitnehme. Nein, ich gehe. Ich nehme anderen mit. Ach so, okay. Ja, ja. Das hoffen wir jetzt einfach mal, ne? Ja, sicher. Oh, das ist ein roter Hinox. Willst du den machen? Komm, mach du den machen. Nein, 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 nein. Ömmel, Ömmel, Ömmel Schisser, komm. Komm, komm, komm. Der Rota ist doch, ey. Der Rota ist der schlechteste, ja. Du kannst vorsichtig auf ihm landen, dann wacht er nicht mal auf. So. Vorsichtig, ja. Nicht droppen lassen, logischerweise. Du kannst die Attacke auch aufladen. Die Y-Attacke. Keiner. Let's go. Sehr gut. Schnell wechseln. Ähm, nicht die 96er, bitte. Nee. Nimm das, ja. Den Hammer. Fertig. Ja, die Roten sind echt heftig schwer. Die Roten sind echt heftig schwer. Die haben da schon einen schwarzen besiegt. Die haben da schon einen schwarzen besiegt sogar. Ähm. Wir haben einfach echt in der Hälfte von Hyrule schon alles gefühlt. Hast du das Aero-Set? Ich hab gar kein Set, nee. Das ist so geil. Guck mal, wie geil du mit steuern kannst einfach. Ja, und du kriegst keinen falschen Arten mehr, ne? Und ich krieg keinen falschen Arten mehr. Aber nur, weil's abgegradet ist. Ab zwei Sternen. Also, wenn du alles zwei Sterne hast, dann ja. Deswegen demonstrier ich das jetzt auch direkt mal auf diesem wunderbaren Hinox. Ich bin einfach mit auf der Höhe auf ihm gelandet. Er ist aber nicht mal aufgemacht davon. Also, hau- Aber er ist nicht aufgemacht. Also, wenn er das Auge nur halb auf hat, dann schlägt er auch wieder ein. Wenn du ihn dann in Ruhe lässt, zumindest. Dann macht er weiter Haier. Der macht weiter Haier, genau. Dann macht er weiter Haier. Der macht quasi weiter Haier. So hast du, die Umwelt hat's gut erkannt. Ja, schön, sehr schön. Jetzt machst du schnell auch noch schnell her, komm. Wunderbar. Der Treffer hat mich richtig abgefuckt. Als ob das davor kein Treffer war. Willst du den Gegner besiegen, der jetzt kommt? Welcher? Was wollen wir es sein wird? Es ist ein Glassy-Rock. Äh, ein Magma-Rock. Nein, den möchte ich nicht besiegen. Hab ich kein Brennen oder sowas? Nein, kein Brennen, ich brennen. Äh. Link, der Horn ist angebrannt. D-d-d-d-d-d. Guck mal, wie weit unten hier ist. Guck mal, schöne Abkühlung. Schöne Abkühlung braucht der Brie. Achtung, gucken Sie ja das. Achtung. Ich gucke. Ach, halt dein Maul, wirklich. Das war echt, äh, nice. Renn, renn, Link. Link, renn, Alter. Das ist so geil. Das ist eigentlich so einfach, ne? Er dreht einfach im Kreis. Ich schlag die ganze Zeit drauf. Achtung. Dann steht er wieder auf. Ich schlag nochmal drauf. Er dreht sich wieder. Ich laufe wieder hinter ihn. Ich muss noch weitermachen. So lächerlich eigentlich, ne? Wenn man es einfach raus hat bei denen, die den Kristall am Brücken haben, ist es so einfach. Du brauchst halt einfach nur eine Lanze dafür. Aufi, aufi, kein Verschnaufi. Hier drüben geht es weiter. Ich glaube, was von hier oben ist sinnvoller. Leon, wer ist das Mädchen neben dir? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Die war einfach auf einmal hier. Aber ich dachte, die ist hübsch, die bleibt. Weißt du, was da vorne ist? Anscheinend. Weißt du, was das ist? Ist das Lila denn da? Nee. Weiß nicht. Sie weiß es einfach nicht. Naja. Ja, ich sehe es von Dani. Das ist der Pferdegott Marlon. Ja. Ja, Öble kennt. Lass mich raten, hier vorne haben wir einen Ivarock. Oder einen Beaverock. Das ist ein Ivarock, ne? Die ist plötzlich in den Stream gekommen, aber wir finden sie alle ganz ritzig. Und ritzig. Ritzig. Ich habe dieses Jingle heute, das ist der Wahnsinn. Aber es ist eine schöne Atmosphäre, oder? Mit dem Sonnenuntergang. Sonnenaufgang wahrscheinlich, ne? Sonnenaufgang, genau. Ja. Wir waren ein Croc-Rätsel und schnell holten sie da raus. Genau. Ja, haha, du hast mich gefunden. So ungefähr war das. War ein richtiger Ja-Haha-Moment einfach. Irgendwann ist broke und dann kam Leon und jetzt ist die halbste broke. Da war ein Diamant, da war ein Diamant dazwischen, das ist doch schön. Ich weiß immer noch nicht, was hier war, beim, äh, Groen Bizet, aber irgendwas soll hier sein. Na, geh hin. Zum Steakstein. Ach, das ist diese komische Quest. Ich war sogar schon mal hier irgendwie. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich war hier ein einziges Mal, und zwar als ich den Tower aktiviert habe. Das war irgendwie im fünften, sechsten, siebten Part von Theotica, also ultra früh wirklich. Da war ich hier bei diesem, zum Steakstein. Und da ging es damals um diesen Steakstein-Typen, der halt irgendwie high war. Ja. Aber das ist er jetzt gar nicht mehr, weil ich ja den Dungeon schon gelöst habe. Deswegen ist die Frage, was kann ich denn jetzt hier überhaupt machen? Das hier ist doch viel besser als irgendein Felsenfilet. Na gut, ich sollte wohl wieder zu den Höhlen am Ende der Lorenzschienen zurückkehren. Aber wie geht es dann weiter? Kann ich mit dir reden, Bray? Nee, er möchte sein Felsenfilet trotzdem noch haben. Also, ich muss wohl ans andere Ende gehen. Sehe ich das richtig? Er ist so weird einfach, ne? Warum sieht er so aus, wie er aussieht? Sieht aus wie du. Ah, sieht aus wie ich. Oder? Krass, ja. Ich erkenne die Ähnlichkeit. Ich dachte, das ist ja, warum sind hier Schienen? Aber ich kann da, muss da selbst langlaufen, oder was? Boah, ist ein Scheiß. Was ein Scheiß, wirklich? Machst du jetzt die Quest, oder? Vielleicht mache ich die Quest jetzt tatsächlich mal. Da habe ich es hinter mir. Höhle am Ende der Lorenzschienen. Safe hier. Safe hier müssen die sein. Wir gehen da mal hin. Da wird wohl eine Höhle sein. Und da muss ich wohl was besorgen. Und Höhlen sind immer cool, wie gesagt. Restaurant Ostschacht. Okay, WTF. Einfach ein Restaurant. Das ist irgendwie, irgendwie cool. Sag ich ehrlich, das ist irgendwie cool. Sieht nicht so Restaurantisch aus. Oder findest du, das ist eine schöne Restaurantatmosphäre hier? Ja, ist schön warm. Schön warm auf jeden Fall. Da friert die Irgendwel nicht ausnahmsweise immer. Ich weiß nicht, hast du damals gerne Let's Plays geguckt? Wow. Let's Plays geguckt? Nicht viel tatsächlich. Also ich habe erst 2015 angefangen mit Let's Plays überhaupt so. Sonst das erste aus dem Gaming-Bereich, weil ich mal geschaut hatte. Und das waren so Domtendo Let's Plays. Ich nehme direkt zwei. Ja, ich habe Let's Plays schon mit neun geguckt, mit zehn geguckt. Ich bin froh, dass ich es damals nicht gemacht habe. Wenn ich überlege, wie viel damals bei den alten Domtendo-Dingern sowas noch verflucht wurde. Ich habe tatsächlich nie so, sowas nie geschaut, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich immer sehr kinderfreundlich im Kontext. Ich glaube, das erste, was ich so geguckt hatte, war so mit so, keine Ahnung, 13, 14, so Apecrime, glaube ich. Ja. Das ist das damalige Alter, okay. Okay, die bleiben immer stehen, das ist das Gute. Warte, nein, 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 im Moment, das ist eine Höhle. Es ist eine Höhle. Wo zur Hölle ist der Maiui hier? Ich habe keine verfickte Ahnung, wo der Maiui sein soll. Kann mir bitte jemand helfen? Guck mal, angeblich in die Richtung. In die Richtung hier. Was soll der denn sein? Also, hier ist doch nirgendwo irgendwas. Da, 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 da. Oh mein Gott. Die Ömmel einfach. Die Ömmel einfach. Die Ömmel einfach, die Ömmel weiß es wieder. Ja, super. Oh, klar, nicht. Danke, Ömmel. Viel Spaß. Trotzdem, Prodoni, sehr gut. Junge, das kann es doch nicht sein. Schatz, meine Frage bleibt bestehen. Wo zur Hölle ist der Maiui? Ist der Maiui? Also, er ist hartcore versteckt. Er muss ja in der Hölle sein. Ja, ach echt. Aber vielleicht gibt es ja einen zweiten Eingang. Aber ich habe es eigentlich bisher noch nie erlebt, dass es mehrere Höhleneingang gibt, aber man nur von einer Seite quasi rankommt. Hier ist doch überall nichts. Also, guck mal. Der soll in die Richtung sein, der Bruder. Also, Geist, verstehe ich gerade komplett. Auf dem Schlauch. Der Bruder ist einfach in der Wand oder so. Ja, jetzt mal ernsthaft. Ich schwöre, ich dachte, das wäre da, wo die Kiste drin wäre eigentlich. Achso, nee, das sag ich nicht. Doch, du dachtest auch, ja. Ja, ich dachte auch kurz, natürlich, aber... Bruder, Nintendo. Ach, Digga, nein. Oh, ist das hart. Alter, Nintendo, was ist mit euch? Bruder, wie soll das irgendjemand finden? Boah, das ist heavy. Das ist ehrlich heavy. Wunderbar, haben wir es geschafft. Boah, das hat viel zu lange gedauert. Ich schäme mich ein bisschen. Ich habe mich gerade auch geschämt. Das ist in Ordnung, du darfst es auch gerne. Okay, okay. Ich schäme mich für dich. Achso, das habe ich mir schon gedacht, so habe ich das verstanden. Alles gut. Sehr freundlich. Ja, sehr freundlich. Nein. Achso, jetzt auf einmal nicht mehr. Nein. Wie ist der Wurm da reingekommen? Ja, das ist eine andere Frage. Wie ist er da durchgekommen? Aber warum ein Wurm? Ist das doch ein Frosch? Er ist ein Froggy. Keine Ahnung. Achtung. Bin gestärbt. Bitteschön, ihr Hunde, Alter. Hey, hey. Bitteschön. Oh, ein Filet, Felsenfilet. Oh. So, was gibt es dafür? Mindestens mal 1000 Millionen Rubine. Ah, da gibt es die Energiesphäre dafür, okay. Wenn das mal kein passender Zeitpunkt ist, um den Part zu beenden, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Wissen wir beide auch nicht. Alles gut, Elbel ist beim nächsten Mal auch noch mit dabei. Erzähl. Lass einen Like da. Wir stehen, Moment, wir stehen bei 66,33%. Was ist das für eine schöne Zahl? So wie die Irbel. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn. Ich mache es. Sehr schön.